Herzlich willkommen auch alle anwesendigen Presseathlete und natürlich Chef-Trainer in Zürich Preußen. Am Sonntag kam er in Augsburg, um gegen den FC Augsburg zu spielen. Und vielleicht auch ein kleines Deutschen im Raus-Spiel-Selt noch mitzureden. Alles weitere zur Sport-Vituation in Zürich Preußen. Ja, aus welchen Gründen auch immer ist seit dem letzten Spieltag meine Stimme schlecht. Deswegen werde ich sie schon, aber trotzdem noch mal eine kurze Aufführung natürlich für alle Fragen ihrerseits offen sein und zu der Begegnung. Am Wochenende gibt es zu sagen, dass die Grundzeichen natürlich klar sind. Vor allem geht auch die Statistik. Da guckt man am besten gar nicht drauf. Ich habe auch bestätigt die Bauer Rückenrott. Wir haben natürlich eine überragende Gelegenheit, die Augsburg haben. In einem Sieg geben uns ein Spieltag vor Schluss schon, den Pfad zuzuwachen, eine Aufstiegsfeier, ein eigenes Stadion. Und das ist natürlich eine riesige Motivation. Die Augsburg haben eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Es sind natürlich auch sehr frech da, wo sie aktuell interessiert sind. Jetzt geht das natürlich von unserer Seite aus. Das sind die Sitzung, was ich in der Praxis gewöhnt habe. Es geht von unserer Seite aus, die letzten zwei Spiele mit Motivation anstatt mit Ehrgeiz mit Bühnen zu nehmen. Alleine das volle Stadion. So dürfen die Mannschaft wieder eine riesige Motivation sein wie nach Berlin. Es ist wohl die zweitgrößte Kulisse, von der wir uns verspüren würden. Und wenn da keine Nutze verspürt, Gas zu geben, dann hätte in der Tat die Lungen verfehlt. Aber ich habe ja schon zu bestgegeben, dass ich sehr wohl davon aussehe, dass die Mannschaft meine Ansage verstanden hat. Und dass jeder auf dem Platz Gas gibt, zeigt, was gegen ihn stinkt. Und da wird das Spiel absolviert. Und gleich, wie aktuelle Krankheiten der Gegend, auch bei Nassau und Jan Kinnats gesichten müssen. Und da wird sich sehr wahrscheinlich auch mit der Abfahrtbohr nicht viel ändern. Die alten Bekannten oder verhinderten Spieler. Und daran hat sich nichts geändert. Und ich werde der Mannschaft natürlich auch wieder auf den Weg geben, was das verständlich und nutzigbar ist für diese vorletzte Aufgabe. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Danke schön. Vielen Dank für euch. Danke schön. Ja. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ich bin jetzt auch schon gleich von Sie, mir ein Passagentos spiel. Oder Sie haben Frau Serpik in der Wohnung, in der Station waren. Ich war leider nicht kurz. Obwohl wir uns zuletzt mal als Klassendinzile damals erreicht haben. Dann habe ich einen Vertrag in zwei Jahren verlängert und dann gab es einen Zwangsabstieg, um so viel zu finden, dann eben auch alles auseinander. Die Zeit war kurz, aber es war eine völlig falsche und schöne Zeit. Man kennt natürlich auch noch genügend Leute von damals, die auch immer noch aktiv sind, mit dem Verein. Und insofern, gerade bei dem Verein, wo man mal gearbeitet hat, freuen sich, wenn sie erfolgreich sind. Und sie werden, auch wenn sie die Gruppe vergeben werden, nächstes Jahr, da ist nicht mehr viel. Noch eine Frage zur Saison vorbereiten. Was haben Sie an mit dem Training für die neue Saison? Ist das für die, wissen Sie, welche Gegenstände, was Sie früher loslegen? Ja, ich habe ja mein Urgut schon gehäuse über die drei Wochen verkürzt. Ich finde es traurig, ich finde es schlecht, dass wir die Spiel der Vergangenheit parallel zur ersten Liga starten können. Es wird insbesondere für diejenigen noch schlechter sein, die Relegation spielen. Und wir haben sehr wohl ausgeflügelt überlegen müssen, wir müssen nun die Tat umsetzen müssen, wie wir Urlaub und Vorbereitungszeit gestanden haben. Das muss man in ein gesundes Verhältnis setzen. Aber die Tat, wenn man eigentlich so eine sechswöchige Vorbereitungsphase plant, würde bedeuten, mit dieser Realisierung müsste man schon zwei Wochen oder wen. Wir haben so wenig keine Winterpause gehabt. Und das ist gut zumutbar, für leise Sportler aus meiner Sicht. Und insofern müssen wir halt eben den Spielern wieder Schausgeladen geben, damit sie trotzdem mit dem Verhältnis wieder zu kommen. Und wir werden 14. Julio mit dem Training starten. Wir haben dann vier Wochen Vorbereitungszeit, da geht es schon wieder weiter. Das bedeutet natürlich dann auch vier Wochen Urlaub für die Beteiligten. Aber ich denke, das ist eben auch wohlwürdig. Also grundsätzlich ist es auch schlecht. Bist du mal in den 10.01 Uhr, wo wir sogar mit Vorbereitungszeit aus? Was ist der zentrale Interesse an den Kaffee Media Player? Es hat ja ein Interesse gegeben. Es besteht kein Interesse. Und sollst du da ein Kilo, der sich gleich in den Wegfeld haben? Für die Leute? Für die Leute, die alle sagen. Und so viele? Und sie wissen, wer sich? Ja. Ich sage es ihnen aber nicht. Natürlich. Es ist ja bekannt, dass wir mehrere Abgänge haben. Und dass wir so nicht weiterspielen werden. Das liegt auf der Hand. Ich habe ja vor einiger Zeit von ca. 6 Veränderungen gesprochen. Denn es geht aktuell dahinter sehr zehn Jahre. Es hat sich auch gar nichts geändert. Wir sind natürlich die Sprüche, die sind voranzukommen. Wir werden auch vorankommen, weil es aktuell in der Tat eben keinen Vertrag, der unterschrieben ist. Und da gab es sich gerade auch ganz weit. Und wir sind ganz sicher, wenn was passiert, schnellstmöglich, auch gesagt, in diesem Stand. Ich bin mir verletzt. Das stimmt. Wird es auch bereit? Nein? Danke. Danke. Bis zum Tals. Danke. Tschüss. Vielen Dank.